Nachdem wir so unsanft rausgeschmissen wurden, schauen wir mal, ob wir jetzt wieder einfach reinkommen. Ich bin ja gespannt, eigentlich müsste aber Level 10 voll Hardcore werden. Hä, verstehst du, wegen Hardcore und Veteran. Ja, aber es hieß ja, dass Charaktere ab Level 10 in so eine Art Ruhmeshalle kommen, die sterben. Deswegen bin ich gespannt, was passiert. Bis jetzt haben wir uns ja ganz gut geschlagen. Wir haben halt immer noch ein volles Inventar. Hatten wir eigentlich zwischenzeitlich einen Händler gefunden? Ach, wir sind jetzt wieder in der Stadt. Nur ist da halt niemand. Nice. Ey, wir hatten ja einen Händler gefunden, aber da haben wir halt nichts gemacht, ne? Stimmt, wir hatten unsere Skills zurückgesetzt und dann kam eine natürliche Sequenz und dann Puff. Puff. Hm. Wir nehmen jetzt einfach mal spaßeshalber. Hm. Was nehmen wir denn? Hm. Was nehmen wir denn? Ihr könnt es ja mal einfach mal ausprobieren. Okay, jetzt haben wir keinen Fernkampfangriff mehr. Ja, hier war doch... Ach, da unten. Okay. Hm. Können wir jetzt wieder in den Keller? Das schauen wir doch mal. Schade, hell. So. Ach so. Können wir eigentlich in den Metall auch irgendwas klein machen oder so? Vergleichen als Ramsch markieren. Hm. Nee. Na gut. Ich hoffe, man war, dass nichts geiles bleibt. Sonst müssen wir aussortieren. Ach ja, ist jetzt wieder da. Was ich mich jetzt frage. Ach so, ich hätte wirklich durch Gegner durchlaufen müssen dann. Hm. Hm. Verstehe. Na gut, das probieren wir nochmal aus. Mal gucken, ob ich wirklich verstehe. Wahrscheinlich macht es dann immer Sinn, hinter den Gegner zu laufen damit. Zählt dann durchs Wooschen auch als Laufen? Soll das verhindern, dass man einfach nur stupide stehen bleibt? Ich meine, bei größeren Gegnermengen ist es ja gar nicht so schwierig, einfach wieder da zu laufen, aber... Hold on. Ah! Es ist halt cool, dass es jetzt so ein bisschen Vertikalität gibt, das gibt es ja vorher eigentlich gar nicht. Wobei, ja doch, ich glaube manchmal ist man selten irgendwo runtergespatscht. Gespatscht. Können wir jetzt eigentlich die ganze Zeit, also solange wir noch kein bestimmtes Level haben, maybe? Können wir jetzt die ganze Zeit einfach alles erstatten und einfach probieren? Moment. Wir machen mal zwei Reihen und dann hier die ganzen... Ach, man muss sich dann... Ah, okay, okay. Haben wir jetzt vielleicht das Richtige genommen? Verwundbar, oder? Na gut. Was können wir eigentlich mit den Beißbären machen? Und sieht man die hier irgendwo? Okay. Ich habe jetzt... Hm. Ich habe jetzt keine gesehen. Nein. Ich habe noch keinen Platz. Ich habe noch keinen Platz. Ich sehe hier keine Bären. Ja. Ich bin die glückbrennende Bürgerin. Hm. Ich kann'n carry anymore. Ich kann'n carry anymore. Can't carry anymore. Hmm. Ich weiß halt nicht, ob sie alle vielleicht sogar besser sind als uns oder? Ja, wahrscheinlich nicht. aber es ist gut dass alles dieselbe größe hat wobei das sortieren manchmal schon spaß gemacht gehen diesmal erstmal außen rum aha das letzte mal durch die laufen gegangen handwickler des weiters sind ja sind so müsste eine kiste mehr gehabt wenn wir es vor dem letzten hütten besuchte einfach diese micro klar weiß gar nicht wo die jetzt herkommen eine seltsame ansammeln ihre flaschen und manche von ihnen stinken noch immer nach alkohol nach starkem alkohol müssen wir jetzt eigentlich hier noch mal gucken oder ja tatsächlich okay klicken diesmal nicht direkt das richtige aber wir müssen es ja doch wir könnten ja hiervon jetzt noch ein zweites gel mitnehmen wir nehmen dazu einfach mal das hier ich glaube das wird ganz lustig und damit regeln wir dann unsere unsere energie wir müssen jetzt sicher wir können, er будет aber wir können zu 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 das ist hellig gemeint if you're going to trespass into my home right then at least have the decency to join me for supper i'm bloody hungry that's quite the story i wish it wasn't true but it is why did i have that vision thank those friendly villages they gave you the blood of lilith the blood of a demon not just any demon the daughter of hatred the mother of sanctuary she was banished ages ago but this world is her creation it was prophesied she would come back what does she want that's the question sanctuary has always been trapped amid the eternal conflict a war between angels and demons but lilith serves neither side she has her own plans for us and me am i corrupted not sure yet but you two share a connection what will you do about it use it find out what she's after good then we're in this together rest while you can then we'll start in kiovashad if we can't stop lilith we'll all be damned aber die sorgt sich doch nur um woher folgt uns hello lilith helft mir hier ist ein alter knorriger mann der hinterher läuft mit einer helle bade reifeprüfung begleitet lorath nach kiovashad wo ist er denn jetzt er hatte keine chance das entscheidet immer noch ich das ist ja gar kein upgrade der eine hat geschick gegen gegner in der nähe wer braucht denn das bei dem bogen helft ich versuch's ja bleibt aufstehen ups da ist wohl ne flasche umgefangen ähm ne das schmeißen wir nicht weg es gibt alles freischaltungen ich würde sagen ich würde sagen danach gehen wir auch alles was was zeug freischaltet wird klein gemacht und alles was das ist halt nicht für tatsuk geld gemacht und hier drüben ist ein eine kreisigkeit der wollte den großen hochholen wohnen kann was nicht von euch dass er gewartet hat bis ich äh ihn angeredet habe Da ist er irgendwo noch. Wo ist das? Die Jungen sind ja gar nicht mal so wenig, ne? Wo der Hinten steht? Ja, ich versuch's ja. Das wird gar nicht mal so unknackt. Da muss irgendwo noch ein Schamane stehen. Puh! Oh! Fancy! Ähm... Machen wir das mal weg. Ist leider schlechter. Machen wir das mal weg. Plus 2 zu allen Werten. Achso. Ich dachte, ich kann jetzt mit dir reden. Ja, tut mir leid. Der hat es nicht geschafft. Aber fast hätten wir es alle nicht geschafft. Hm. Okay. Das ist ja eigentlich ganz nice. Das heißt, wenn der schon verwundet ist... Dazu müsste ich ihn aber erstmal aus der Ferne verwunden. Weil mit meinem Nachkopf verwunden ist halt ein bisschen blöd, ne? Das mit diesen Events ist schon mal cool. Scheinbar sind die auch echt knackig teilweise. Also... Okay. Das heißt, wenn der Sturm weg ist, den man überhaupt gar nicht bemerkt. Bis auf das bisschen Schnee. Ähm... Dann ist auf wundersame Weise das, äh... Der Weg frei. Ach übrigens. Kann man das eigentlich sortieren hier? Na, was ist es jetzt? Das geht einfach nach Sache, ne? Das heißt, wir könnten ja eigentlich die Billo-Sachen gleich hier lassen. Ich werte jetzt grundlegene Stadt. Ähm... Aber so Sachen, die zwei, drei Gold bringen... Können wir ja einfach hier lassen. Und dafür Sachen aufheben, die halt, äh... Ein bisschen wertiger sind. Ich war... Immerhin lassen wir ja dauernd irgendwas liegen. Was jetzt wahrscheinlich im Wert einfach mehr wert ist als... Ja. Das meinte ich halt, dass halt, ähm... Die Sachen halt, äh... Von der Wertigkeit her steigen, je höher man ist. Das meint. Yea. Das Speed. Aber wo diese Reben hingehen, du... Hab' ich... ...keine Ahnung. Vielleicht noch nirgendwo Ich mein gut, theoretisch müsste ja auch unser Erz irgendwo hingehen Achso, hier Material und Werte Okay, okay, I see Roter Staub Okay, da sieht man aber auch, was es alles gibt Weiß nicht, ob sich das im finalen Game dann erst freischaltet Wir sind übrigens da, junger Mann Hast du denn überhaupt noch hinter mir? Warte mal, was? Müssen wir überhaupt hier hin? Oh, dann habe ich ihn auf Ausversehen stehen lassen Das tut mir jetzt leid The Angel in Arius I'm sure you've heard the Cathedral of Light babbling about their holy father Well, he's real An Angel walks among us And when he learns that Lilith is here Blood will flow They are ancient enemies They'll drag the whole damn world into their feud Unless we can stop it Die Hinschrift ist durch Krallenspuren stark verunstattet Möge Licht von Vater Inarius So deep Der Stand hat was ganz anderes Das wissen wir ja So Ja, ich dachte, ihr seid Statuen Aber jetzt sind einfach nur sehr große Männer We have no time for this We have no time for this To answer Kyobashad You must perform a cleansing ritual Meaningless gesture But some people take comfort in it How dare you Just let him through that I've tried for years to get Lorath to do the ritual Fine But this one stays Okay Take a piece of holy cedar wood from the shrine And inscribe it with the sin which troubles you Then cast it into the pressure As the fire burns the wood So too will the light burn away your sin Sehr praktisch Das heißt, ich leide gleich, weil mich jemand mit Blut, äh, Blüten gefüttert hat Hm Das heißt, das was wir jetzt da draufschreiben Also jetzt, wenn das funktioniert Dann das, was wir jetzt da draufschreiben Wird dann weggebrannt Oder eingebrannt Good You must feel as though a great weight has been lifted from you Welcome to Kyobashad Dann sieht man jetzt halt gar nicht, was es gemacht hat Ich meine, ich habe den Trank entweder wieder aufgefüllt bekommen Okay, verärgert hat er jetzt gar nicht auf mich gewirrt Ich muss mal gucken, was im Hintergrund aufmerksam ist Man diese Mikro-Vogler Hm Man weiß es halt nicht, ne? Na ja So What did you write on that piece of wood? Oh, Junge Das war jetzt mehr als Mikro-Vogler Das ist also der Weg, wie er uns zeigt, wo der Endlich Ja Sacrificing Someone in demons Honig all the wonderful gifts that Lilith gave them The cathedral loves to go on about him His imprisonment in hell, his valiant escape His glorious return here, the world he created But they never mention how being tortured in hell for a few millennia Turned you into an arse There was a prophecy, yes It foretold the rise of the prime evils The return of Lilith and Inarius The doom of our world Inarius adopted the prophecy for his own selfish purposes Put it in the cathedral of lights gospel And made it seem like he would be the hero to save us Aber im Hörgert ist das Lilith May your road be calm Kratus Swyback Cloudy eyes This poor thing is practically crowbite With what you're paying, you're lucky she has four legs Okay Find somewhere else to get warm, I was here first Entschuldigung Wollte nur Smalltalk halten, führen Was ist hier? Aha Kann man hier auch Zeug verkaufen? Ah, wir wollen ja nicht direkt verkaufen Wir wollen ja erstmal gucken Dass wir es klein machen können Okay, ich glaube du hast gewonnen So, können wir jetzt Was ist denn direkt ins Inventar? Achso, da können wir dann Ist jetzt eh alles nur markiert, was Okay, praktisch Ähm Achso Na gut, wir machen es erstmal händisch Ach Das war mit dem einen jetzt schon abgegolten Ja Dann nehmen wir jetzt den günstigeren Bogen Und hier Ach, schade Die Schuhe sind halt teuer You can take what's left Danke Ja komm, wer weiß, ob wir überhaupt Äh Ob wir überhaupt Äh Geld jetzt brauchen Kannst du uns auch Ähm Sachen schmieden Oder nur Klein machen Hm Hallo Ah So So The old man Finally decided to buy it back Knowing him He didn't mention coin Did he Oh je, Bitcoin If he wants his weapon You need to pay Na toll Hätte ich mal lieber das Ding zu Gold gemacht Ja, wow 20 Dollar Hä Wait The old man sold me this too Said he didn't need it anymore But I think he'd want it back All the same No charge Okay Wo ist denn das Amulett jetzt? Quest Hier Gehört zu Kiova Schad Ein altes Einzigartiges Amulett Nach jahrelangem Gebrauch Sieht es abgenutzt aus Vielleicht war es mal ein Dienstabzeichen Fehlende Teil Achso, das gehört zu derselben Quest Vielleicht war Lorath mal eine große Nummer als Also, falls es ihn früher gab Ich erinnere mich nicht an ihn, bin ich ehrlich Kann sein, dass es ein NPC war, der in Wie auch immer Diablo 3 Endstadt hieß Stand Bastion Ähm Oder so Aber Ähm Da weiß ich nicht mehr Okay Das ist ja voll wie ein New World Ähm Warte, konnte ich da jetzt was annehmen oder so? Ankündigung Zu Beginn des neuen Monats wird Mutter Oberin Prava eine Morgenandacht halten, um die göttliche Ankunft zu feuern Den Tag, an dem Vater Inarius in die Welt zurückkehrte Extrablatt, extrablatt trying tilell dich Zumindest Мне sagen, auch mein cloud ist bewischet Demonstart прост, schalte Du Share Abgang Ist nicht das gut zu tun zurückdenstevendern du hadst, du? Abgang Wind com Es ist der Bardzo Just Diss S G Abs Er hat seine infernalen Schakel weggebracht und zurückgekehrt zu uns. Und jetzt wird er die faithfulnen über den Weg der Erlösung. Die neuen militierischen Rekruten haben Nacht und Tag trainiert. Sie verdienen ein wenig Glück, aber ich kann sie nicht lassen, dass sie mich so leicht sehen. Gibt es ihnen eine Worte für mich? Ein einfacher Kino für Sie, ein Verzweifel für die Rekruten, und ich werde weitergehen, die Hardass zu sein. Jeder gewinnt. Lass es mir. Okay. Was war nochmal? Jubeln? Oh, gut gemacht. Impressiv. Ach, Mut machen. Ich hoffe, sie werden es nicht verwendet. Cool. Das waren ja leicht verdiente 800 dp. Doggy. Na, es würde ja schon helfen, wenn sie anfangen würden. Es war nur eine Apfel, die ich zahle. Der Vater würde nicht, dass ich zufällig bin, würde er? Hm. Was? Okay. Wo ist denn die Hexe? Ist es die Eicheltante? War die Eicheltante eine Tante? Hm. Ringe und Amulette. Braucht Stufe 10. Na gut. Der Rest ist noch gesperrter. Ja, der war nicht Ruhe. Aber wir haben ja nichts mehr im Inventar. So, viele, viele neue Mats. Weiß gar nicht. Wir können ja mal kurz gucken. Wie viel Leder und so. 33. Wir können ja mal los mit der Framerate. Sagt dann ja mal goodbye. Halt, jetzt will ich kurz gucken. Wer ist denn? Hast du die Schlange? Nee, du bist Barocca? Nee, du bist Barocca? Litka. Hm. Und hier unten war er. Wir haben sogar schon 35 von diesen Fanspumpen. Bis zum nächsten Mal. Voll freudig. Bis zum nächsten Mal. Ähm. Haben wir das? Okay. Das haben wir jetzt bekommen, weil wir da die Fansquests gemacht haben. Also die. Ey. Gut gemacht. Hm. Dann geben wir mal die Quest ab, ne? Gut eigentlich. Weiß man nicht. Kommt wahrscheinlich noch. Habt ihr euch geeinigt, ja. Ja. Apolos. Er hat mir auch dieses Amulet gegeben. Was ist es? Der Marker der Haradrim. An ancient order of scholars and mages. Sworn to protect sanctuary from demons. These days, we are few in number. There is another Haradrim. Donnan. His breadth of knowledge about demons is equal only to his hubris. Sounds like he could help us. Hm. You should seek him out in Skosglan. But don't forget about the Cathedral. They'll be expecting you, and they might prove to be useful allies, too. You're not coming with me. I'm going to the Dry Steps to find out who that pale man is. Join me when you can. Just be careful. Your ties to Lilith. The visions you see. You are the key to finding her and stopping whatever she has planned. Sometimes, our paths in life are set to collide. We just don't know it. Whether it is by accident or fate's hand, there is nothing we can do about it. The wanderer lost in the storm. Fed the blood of Lilith. Saved by a lone monk. Different lives and incidents drawn together. They are from Wakanda. They can see you. My what? Hello, Texturan. Or someone with greater power, pulling the strings? I did not know. But at the time, I thought I had the chance to protect humanity from the daughter of hatred. The wanderer's connection to her gave me hope. Imagine that. Okay, also sind wir doch nicht die Lösung für das Problem. Sind wir vielleicht ein Teil des Problems? Ein großer Teil des Problems? Wie oft soll ich den Nachbarn bestellen? Jetzt sind wir quasi frei, ja. Er ist bestimmt dead. Bei sowas normalität. Hallo Leute, die Bims. We were born in sin. Children of darkness. Das ist doch Xerxes, oder? Von 300. We were born in the light. Reverend Mother, I received a report of a potential demon sighting, horned woman near Yelezner Mines. Performed routine inspection, nothing yet. Send in priest and escort of knights. We'll report in when we find something. We must be ever vigilant against sin, brother. Yes, Reverend Mother. Let the light of Inarius burn away wickedness. Let not temptation lead you from his holy radiance. Let righteousness sear away corruption and sin. Cast out thy darkness, for only light must remain. Cast out thine darkness, for only light must remain. Is this the one from the vest? Yes, Reverend Mother. Did Lorath not accompany you? He sent me on without him. Putting faith in that old man was a mistake. What could possibly be of greater import? Lilith. So, you know. Well enttäuscht. From one of our knights, of a demon sighting in Gale Valley. The description matches too closely, to the sighting in Nives. If you would travel to Yelezner, and take stock of events there, you would have the gratitude of the Cathedral of Light. I had thought to send Lorath, but... Again, he fails in his duty. With or without Lorath, the will of Inarius shall be done. Here, take the Knights report before you go. Have I already read? Have I already read? Reverend, I received a report of a potential demon sighting. Horned woman, near Yelezner mines. Performed routine inspection. Have we already read? His skill is unmatched. But as you can see, he is not so reliable. It's not out of indifference. He went off searching for a pale man who accompanied Lilith. So someone is helping her. How easily the souls of men sink to darkness. She is spawn of a prime evil. Mark my words. Nivesk was but the beginning. She will kill again. But our father, the angel Inarius, is prophesied to defeat her. Where there is faith, there need not be fear. One of our flock, the watch commander, Vigal, sent word of a demon sighting. A girl claimed to see a horned woman. The risk is too great to dismiss. Seek him out. He should be well into his search. Father Inarius, bless the child that grows in my belly. Keep him safe in your light. Oh, glorious Father. Thank you. Your light has cleansed the disease from my flesh. I am made whole in your radiance. Okay. Gut für dich. Also ich nehme Heiltränke dafür. Solltet ihr vielleicht auch mal ausprobieren. Okay, Rubberbanding hatte ich auch schon jahrelig mehr. Jetzt machen wir noch schnell die eine Quest und dann muss ich leider erstmal gehen. Okay, da wollte der Ton einfach was anderes werden. Oh je, ich hoffe ich sterbe nicht mit dem Gelagge hier jetzt da. Okay. Vor allem wenn das hier wieder so ein doch recht anspruchsvolles Ding wird. Oh nein. Muss ich da drum filmen. Oh nein. Ja, 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 ja. Gehen wir mal drüber. Oh oh. Oh oh, hier sind viele. Oh oh. Oh oh, ich bin eingebrochen. Oh Gott, was bist du denn? Können wir mal drüber gehen bitte? Oh Gott. Ich habe das nichts mehr zu heilen. Also ich habe schon noch, aber ich will es nicht. Ich muss aber nicht legen. Ich habe noch einen Held dran. Das ist ganz gut. Oh Gott, ich muss hier weg. Das ist nicht gut. Ich nehme mir das. Oh Gott. Mist, der hätte ich mal in einer Mütter stehen müssen. Haben wir es jetzt geschafft oder nicht so? Nee, eher nicht. Ah doch. Aber nicht wirklich geil. War nur Beere und so. Und Obolusse. Cool. Ist doch recht knackig gewesen, bin ich ehrlich. Da habe ich jetzt ein bisschen gedacht. Das war es mit uns. Oh, er zieht eine Spur mit. Ah, du kleiner Fug. Oh Gott, ihr hältet ja so wieder aus. Oh Gott, ihr hältet ja so wieder aus. Ich bin aus der Energie. Ich bin aus der Energie. Ich bin aus der Energie. Ich meine, das geht an sich, hat es schon sehr viel Schwierigkeiten. Ist das jetzt eigentlich ein Tag-Nacht-Cycle oder ist das einfach nur eine dunkle Gegend? Ich weiß halt gar nicht, ob ich jetzt den belebenden Schlag will oder ob ich, ähm, hatte nicht auch ein anderes Ding von uns, äh, Moment. Hat er nicht auch irgendwas hier von Energie wiederhergestellt? Nee, nur verbundbar. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich will mal testweise, solange es eh noch für free ist, nehme ich mal das hier. Und das, und das. Verbundet ist jeden dritten, gell? Heißt, theoretisch. Ja, das wäre halt auch nett, aber damit kann ich es halt öfter benutzen. Ja, unser erster Skill. Hallo, Anna. Gehst du die von draußen? Wo müssen wir denn überhaupt? Ach, nee, wir waren schon im richtigen. Richtigen Gebiet. Wir müssen den jetzt legit suchen. Gut, dass hier die Map dann so umrandet wird. Dankeschön. Das ist einfach. So, nehme ich dich jetzt nicht mit? Ich dachte, das wird eine Escort-Mission. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich darüber klettern. Ah, das ist dann so ein Bereich. Ein richtig fester Bereich. Hallo, everybody. I'm back. Ah, no. Nee, Aschner. Nee, ich komme leider nicht an den Rand. Sorry. Wenn man irgendwo runterspuckt und das gefriert dann. Und dieser Ort ist hoch genug. Verletzt es dann denjenigen, der da unten steht? Ich meine, das ist wahrscheinlich wie mit dem Flugzeugtoiletten. Wo manchmal so Eisbogen dann irgendwo im Garten landen bei Leuten. Klar, Mann. Aber erst mal bringen wir das jetzt zurück. Ich bin so sehr dankbar. Ich werde die notwendigen Arrangeungen machen. Bitte, entschuldige mich. Ihr wolltet ihn doch wegmachen, gibst du. Wie hat das passiert? Ich sollte das nicht in meinen Händen halten. Es sollte... ...resträmmt, mein Herr. Resträmmt. Ah, ja. Natürlich. Körg' auf, Nisti. Ich sah die Augen in der Schmerz des Waldes, bevor ich runtergekommen habe. Gläubige Augen. Ich habe nie so erschrocken. Das ist gar nicht die Stadt, wo ich eben war, gell. Das ist eine neue Stadt. Männestadt. Nicht Dänestadt, sondern Männestadt. Und wir könnten jetzt theoretisch hier... Oh, schade. Ich dachte, das ist so eine fancy Sub-Animation. Na gut. Dann... ...machen wir wie angekündigt erst mal aus. Oh, auch keine Ankunfts-Animation. Na gut. Wow, einfallsrecher Name, Lilith. Dann bis zum nächsten Mal. Toodle-malööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö